Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass sie eingeschaltet haben. Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die immer das Richtige tun möchten, die gute Menschen sein möchten und wie kann es sein, dass es offensichtlich auch Menschen gibt, denen das überhaupt nicht interessiert, die einfach nur an sich selbst denken, die egoistisch sind, die alles haben wollen aus dem Ego heraus und die auf diese Art und Weise leben? Wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass die Leute, die manchmal dann so irrsinnig egoistisch sind oder gemeine Dinge tun, sogar böse Dinge tun, dass die nicht bestraft werden? Hier mal erst mal vorab. Alles, was wir tun, tun wir uns selbst an. Alles. Es ist niemals der Schöpfer, der uns bestraft. Wir sind es immer selbst. Die sich selbst, die uns bestrafen. Manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal bestrafe ich mich nicht sofort. Manchmal bekomme ich auch damit weg. Aber dieses Sprichwort, Karma is a Bitch, alles fällt immer auf mich zurück. Ursache und Effekt. Manchmal komme ich auch sehr lange damit weg. Und dann irgendwann passiert etwas, was eine Folge ist dessen, was ich vielleicht vor langer, langer Zeit getan habe. Was nicht heißt, dass ich bestraft würde vom Schöpfer. Dem Schöpfer ist das egal. Der ist einzig und alleine Liebe. Diese Energie, diese Quelle, aus der wir herauskommen, ist einzig und alleine Liebe. Da sollten wir uns darüber bewusst sein. Das verändert sich nicht. Es ist nicht so, dass der Schöpfer sagt, heute mag ich Claudia, morgen mag ich sie nicht. Da muss ich sie bestrafen. Nein. Das ist dem ziemlich egal. Der hat überhaupt keine, keine, naja, kein Interesse daran, sich mit den Schwierigkeiten von uns einzelnen Leuten zu beschäftigen. Und was hätte die Kraft, ja, die energetische Kraft, ja, die energetische Kraft, was hätte die für ein Leben, was wäre das für eine energetische Kraft, wenn sie sogar verurteilen oder urteilen müsste, aus unserer Perspektive heraus, ja, wer sagt denn, dass ich Recht habe? Ja, und wir haben da ja schon oft darüber gesprochen, wenn ich sage, das ist ungerecht. Derjenige muss bestraft werden. Hier, lieber Gott, bestraf ihn mal. Ist das so? Vielleicht sieht die Person das ganz anders. Vielleicht gab es auch ganz andere Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe, weshalb die Person vielleicht sogar das Recht hat, das zu tun, ja? Nein. Das hier ist unsere materielle Welt. Das hier ist die Welt der Dinge, die wir sehen. Alles, was wir sehen, hören, fühlen, all das, was mit unseren Sinnesorganen, mit unseren Sinnesorganen erfahren wird, all das ist Illusion. All das ist nicht die Realität. Wir sind nicht mehr und nicht weniger als Energie. Und wir sind hier, um zu lernen. Und ja, natürlich, wir machen Fehler. Aber wir tun es uns selbst an. Und es ist tatsächlich sogar so, dass je mehr, sagen wir mal, schlimme Dinge ich tue, von denen ich tief in meinem Inneren weiß, dass es nicht etwas ist, was meine Seele tun würde, sondern was wirklich Ego ist, oder ja, wirklich Ego, was ganz Schlimmes, was ganz Böses vielleicht. Aus dem Ego heraus, ja? Kann sein, dass ich etwas haben will. Kann aber auch sein, dass es mir um die Macht geht, um Kontrolle. Dass ich etwas tue, wo ich weiß, das ist falsch. Das will meine Seele nicht. Ich fühle mich nicht gut dabei, ja? Ich werde sogar krank, wenn ich das tue. Körperlich krank, ja? Auch das kann passieren, dass ich dann wirklich leide, weil meine Seele leidet. Aber ich tue es trotzdem, weil ich Angst habe. Angst davor, meine Macht, meine Position oder was auch immer zu verlieren, ja? Auch das gibt es. Es gibt manchmal auch in Firmen, wo Dinge getan werden, die nicht in Ordnung sind, wo es Menschen gibt, die trotzdem mitmachen, weil sie Angst haben davor, dass sie sonst ihren Job verlieren, weil sie dann glauben, dass sie dann auf der Straße stehen oder alles verlieren werden, die dann mitmachen. Aber die Seele leidet. In dem Augenblick, wo sie das tun, verlieren sie immer mehr die Beziehung zu ihrer eigenen Seele und auch die Beziehung zum Schöpfer. Und das kann dazu führen, dass irgendwann die Seele überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dass sie keine Sekunde mehr über ihre Seele nachdenken. Dass sie die Verbindung zur, ja, zur Unendlichkeit, dass sie die Verbindung zu ihrem wahren Selbst, zu ihrem wahren Kern, dass sie diese Verbindung zum wahren Kern, der immer gut ist und auch immer gut bleibt, dass sie die Verbindung verloren haben. Dass sie weg ist, dass sie ganz abgeschnitten sind, weil sie so ein schlechtes Gewissen in sich haben. Ja, je schlechter mein Gewissen, desto mehr versuche ich vielleicht, das von mir abzuwenden. Dann nicht mehr darüber zu reden, da überhaupt nicht mehr darüber nachzudenken. Manche versuchen sich ja auch selber aus dieser Situation herauszureden und sagen, ja, ich musste das so machen, ich hatte keine andere Wahl. Ja, manchmal in großen weltweiten Auseinandersetzungen und sagen, ja, aber ich hatte keine andere Wahl. Es war ein Befehl, ja, auch manchmal Menschen, die in der Army sind, die dann sagen, ich hatte keine andere Wahl, ich musste das tun, ich musste diesen Befehl auffolgen. Das ist natürlich nicht meine Seele, die dann spricht. Das kann für mich, für meine Seele ein irrsinnig großes Problem werden. Ein irrsinnig großes Problem. Ja, manchmal tue ich Dinge und komme damit weg, über einen langen Zeitraum. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich nicht mehr damit wegkomme. Nicht aus der Sicht des Schöpfers heraus, nein. Aus meiner eigenen, aus mir heraus. Ich bestrafe mich letztendlich immer selbst. Jeder einzelne von uns bestraft sich selbst. Und wenn das Gewissen so schlecht ist und ich gar nicht mehr darüber nachdenken will, die Verbindung weg ist, die Verbindung weg ist, ja, kann man sagen, dann lebt es sich gänzlich ungeniert. Nein, dann werde ich krank. Dann werde ich vor allen Dingen psychisch krank, ja. Einige haben da sagen, ja, aber ich kenne einige, die sind ganz böse und sind nicht psychisch krank, doch tief in ihrem Innern. Aber sogar das wollen sie nicht einmal zeigen. Sogar das sind sie nicht bereit zu zeigen. Sie versuchen, das zu verheimlichen. Sie versuchen, das zu verheimlichen. Manchmal sind es Dinge, die ich haben möchte, unbedingt haben möchte, von meinem Ego heraus. Große, große Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht haben kann, weil sie zu groß sind für mich, weil sie mir eigentlich gar nicht zustehen. Und wenn ich dann versuche, das zu bekommen, und das kann ein materielles Teil sein, das kann ein Haus sein, das kann auch ein Auto sein, aber es kann auch eine Machtposition sein. Wenn ich in einer Position, wenn ich eine Position unbedingt haben möchte und ich nutze dann meine Ellbogen sogar, ja, in der Gesellschaft vollkommen normal, dass es ganz viele Menschen gibt und offensichtlich immer normaler Ellbogen und ja, vielleicht sogar ein bisschen, nicht nur ein bisschen, manchmal sogar mit viel Lug und Trug, wo ich versuche, in eine Situation hineinzukommen, die eigentlich, von der ich weiß, tief in meinem Innern, dass das keine Situation ist, die meiner Seele gut tut, aber nur eine, die meinem Ego gut tut, dann verliere ich die Verbindung zu meiner Seele. Und je mehr ich das mache, desto weniger, desto weniger bin ich bereit, auch auf meine Seele zu hören. Irgendwann versuche ich sie ganz zum Schweigen zu bringen. Das ist der Zeitpunkt, wo, ja, wo ich verloren habe, wo ich als Seele, wo ich als, ja, als unendliche, unendliche, unendlich lebende Seele hier auf dieser Erde verloren habe. Und es gibt manchmal Menschen, die dann zum Beispiel, wenn sie sterben, kurz vor ihrem Tod, dann wirklich wurde es ihnen wie Schuppen vor den Augen fällt, dass sie ihr Leben lang vielleicht Dinge gemacht haben, die eigentlich nicht wichtig waren und eigentlich auch nicht auf das gehört haben, was wirklich, wirklich zählt. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir immer wieder, immer wieder hinterfragen, alles hinterfragen, was ist die wirkliche Stimme, was ist wirklich meine Motivation, welche ist meine Motivation, wenn ich diese Verbindung aufrecht erhalte, ja, diese Verbindung. Und das heißt nicht, wie wir ja auch schon oft gesagt haben, dass ich alles gut finde, mit zu allem Ja und Ahm sage, ganz im Gegenteil. Je mehr ich meine Seele liebe, je mehr ich auch meinen Seelenfrieden liebe, desto mehr bin ich auch bereit, Grenzen zu setzen. Desto mehr bin ich auch bereit, Nein zu sagen. Nein sagen fällt einigen von uns richtig, richtig schwer. Nein sagen zum richtigen Zeitpunkt, zu den richtigen Menschen. Manchmal dann auch zu Menschen mit sehr viel Macht, mit sehr viel Einfluss, wo ich weiß, das könnte Konsequenzen haben, heftige Konsequenzen für mein Ego. Aber dann den Mut zu haben, Nein zu sagen, das ist wirklich, ja, das ist wirklich das, worauf es ankommt, hier in diesem Leben. Und das ist auch wirklich das, wo wir wieder in eine Situation hineinkommen können, wo meine Seele glücklich ist und wo die Verbindung da ist. Je stärker diese Verbindung, desto glücklicher bin ich, desto glücklicher kann ich leben. Und Fehler machen wir alle. Es gibt niemand, der keine Fehler macht. Es gibt aber auch niemand, der vom Schöpfer bestraft wird. Dafür hat er, daran hat er gar kein Interesse. Es ist einzig und alleine Liebe. Die Seele auf der Seelenebene, weg von dieser Erde, auf der reinen Seelenebene ist einzig und alleine Liebe, ist kein Ego mit verbunden. Wir sind hier auf dieser Erde mit dem Ego verbunden, mit dem freien Willen, wegen dem freien Willen. Und das ist unsere große, unsere tagtägliche neue Herausforderung. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und zugeschaut habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann